Guten Morgen und herzlich Willkommen bei Tag 5 der Romance-Woche mit wahnsinnig interessanten Autoren und Themen rund um die Liebe. Ich bin Jo Berger und darf den Tag heute für euch einläuten. Freut euch heute auf Buchvorstellungen von Poppy J. Anderson und Emma S. Rose. Zwischendrin gibt es natürlich immer wieder Leseschnipsel, Zitate, Auszüge und auch ein Trailer. Es wird Gewinnspiele geben von der zauberhaften Ava Innings und Poppy J. Anderson, hochinteressante Interviews mit Virginia Fox und Martina Gerke, Protagonistenvorstellungen von Kim Leopold und der zauberhaften Emma Wagner und den Tag beschließen werden zwei Live-Lesungen mit Martina Gerke und Mela Wagner. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Seid dabei. Wir lesen, hören und sehen uns. Euer Jo Berger. Tschüss.